so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen part von joshis crafted world ja ich hab mal wieder eine blume nachgeholt auf screen und ja heute geht es weiter im märchenbuch land und zwar im schnuffel schlaraffen land der ehrenhund ist wieder da der ehrenhund ja und das hört sich doch auch sehr lecker an deshalb bin ich gespannt was dieses level für uns bereithält und ja dann schauen wir schauen wir einfach mal ne würde ich sagen da wäre ich jetzt gerne da wo joshis nintendo wie wärs mit joshis crafted world in virtual reality wie wärs wär doch geil so vor allem in dem level ich glaube die machen das nicht ich glaube joshis crafted world ich glaube nicht dass die das in virtual reality machen aber ja schon cool vor allem in dem level hier ich mir so gern gerade in dem level hier und dahinten ist ein scheiger mit noch hast du eine red coin oder was komm her trau dich du lösche jawoll der hatte eine red coin und dann gibt es hier auch noch weitere coins okay was sind denn das für coins da oben das sind auch red coins aber ich habe gesehen hier geht es auch noch mal weiter und das sind auch noch red coins direkt sechs red coins zum start das ist doch auch weiß aber noch keine einzige normale blumen okay das waren auch bloß normale münzen in ordnung aber von mir aus könnte ruhig mal eine normale blume kommen ach da sehe ich schon eine ja wenn man wenn man von blumen spricht oder was hier gibt es noch ein paar herzen das ist auch gut und zack dann können wir das hier umschmeißen und da wabbelts schon hallo schnuffel du ehrenhund ist ja ehrenhaft dass du hier im schlaraffenland auftauchst so und ja dann zeigt mir mal den weg schnuffel so ich achte natürlich auch stets auf den hintergrund okay und er kann sogar die viecher da unten werfen und warte da ist eine blume da ist eine blume so ja wohl gibt die mehr gibt die mehr die blume so und dann wieder hier drunter jawohl das sieht doch auf jeden fall gut aus da sind schallgeist und okay so ach du gehst jetzt wieder okay tschüss bis nachher hoffentlich so hier ist auch noch eine wolke ja das ist auch immer so ein typisches wolkenversteck ne irgendwelche ecken im spiel oh und hier unten geht es auch rein tja das habe ich mir gedacht weil hier die luke die war ein bisschen verdächtig hier ne und oh da hinten im hintergrund sehe ich ein geschenk das hat bestimmt auch wieder eine rote münze jawohl und damit haben wir auch die hälfte aller roten münzen sogar noch mehr als die hälfte und hier ist wieder so eine wolke ich glaube ich erstmal die shy guys und auch die viecher so was ist das wieder für eine challenge ah hier die blume abwerfen ja easy ich habe schon gedacht da kommt jetzt wieder irgendwas krasses so ne kommt es nicht mhm da hoch komme ich aber auch nicht oder was so und hier ist auch noch eine wolke ok mit herzen ah schön stimmt ich habe auch vergessen ein kostüm anzuziehen ich habe auch vergessen ein kostüm anzuziehen oh lol das merke ich ja jetzt erst ich idiot oh man oh ne und da komme ich nicht mehr hoch oder oh da wäre bestimmt auch noch was cooles drin gewesen oder oh man oh da komme ich da tatsächlich noch hoch tatsächlich ich komme da tatsächlich noch hoch ok das ist sozial ach hier sind bloß coins nicht mal eine red coin dabei und hier oben geht es auch noch hoch aber hier sind red coins 16 von 20 stück hey nice also wie es scheint habe ich bisher nichts verpasst würde mich zumindest wundern ne bei der anzahl an red coins und blume ja hier ist schon wieder die nächste blume das sieht doch wieder sehr gut aus für mich ne in diesem part also zumindest bisher ich glaube ich sollte den mund nicht zu weit aufmachen ne ok dann sind hier auch noch herzen jawoll nice so ähm gibt es da oben was tatsächlich und zwar nur normale coins echt ok da hätte ich jetzt irgendwas erwartet aber ok hier gibt es noch eine neue timer challenge ok das war wieder sehr knapp holy shit hu aber ich habe es geschafft ne die leckeren früchte zu essen und was gibt es da oben was warte ja lass mich da hoch tatsächlich und was ist das das sind die restlichen roten münzen ja geilo geilo so zack ab und mir fehlt noch eine blume oder jetzt nicht mehr ok das heißt das ziel dürfte gleich kommen jawoll und ich habe alles ja nice dass ich das noch erleben darf im first try direkt alles gefunden ja gut freut mich aber bitte liebes karma schlag nicht zurück im nächsten level ich bitte dich ja ich bin ganz brav und so hab ich gehört ja ok und dann ziehe ich aber jetzt wieder ein outfit an wie gesagt das habe ich im vorherigen level tatsächlich vergessen hm was ziehen wir denn an blaubeermarmelade ich glaube das passt auch ganz gut zur welt oder ja doch so ne psychigkeiten welt ist das ja obwohl das ist eher wieder ein wald level naja egal was solls ne ich ziehe es trotzdem an so warum nicht kann man machen eilen mit seilen will sich joshi einen abseilen oder was ja ok ich höre auf ne ich höre ja schon auf ne ich höre ja schon auf ok ah deshalb eilen mit seilen weil es hier auch solche seile gibt ja das ergibt sinn so hier gibt es auch direkt wieder drei red coins ok von mir aus und dann sind hier noch solche neuen viecher ne die es vorher auch noch nicht gab nämlich solche ja trampolinviecher wenn man so will ne auf die kann ich drauf springen und ja die hängen halt auch an den zeilen dran ey wie werden denn die red coins hier gespammt holy shit ich meine ist ok habe ich nichts gegen so ne aber ja ne haben halt bisschen unerwartet ok hier geht es weiter gibt es dann rechts vielleicht noch was gibt es rechts noch was tatsächlich und zwar eine blume und das ist auch die erste jawohl passt doch so du 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 so lass mich vorbei jawohl du 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 das ist doch schön ey ok hier ist wieder eine neue timer challenge mit blauen münzen ok komm jawohl und dann ist hier auch schon der erste checkpoint und ich muss mich wieder an die seile dranhängen soll ich die mal oben lang das war auch gut weil hier war noch ne blume ok und dann gibt es hier noch münzen aber es war keine red coin dabei in ordnung ja muss ja auch nicht immer ne muss ja auch nicht immer eine red coin dabei sein gibt es hier nichts echt das sah aber nach einer auffälligen ecke aus ok naja was solls so was gibt es hier auch noch paar red coins in ordnung und dann hier in gekonntem timing ja rumklettern so was gibt es hier so hier gibt es auch noch red coins ok in ordnung dann gehe ich wieder direkt runter und dann klettere ich diesmal zur anderen seite ja weiter oder auf der anderen seite klettere ich weiter besser gesagt so was gibt es hier noch herzen und münzen aber leider auch wieder keine red coin dabei in ordnung so jetzt hier rüber ok was gibt es hier das sieht auch so verdächtig aus da ist ein geschenk ahja das heißt hier gibt es auch ne red coin ne jawoll so ich weiß jetzt nicht geht es hier weiter ja hier geht es weiter ok dann muss es da auch noch was geben wenn ich hier noch weiter hochkletter ey das ist ja ein verwinkeltes level ne das ist ja verwinkelt aber ok kann man machen ne kann man machen ist auch mal ein bisschen was anderes ne so ein verwinkeltes level ist in ordnung so zack und hier ist der nächste checkpoint jawoll du 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 zack und lass mich raten jetzt geht es wieder an seile dran jawoll so viel zu eilen mit seilen ne genau da 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 ok und hier gibt es wieder ein gelbes seil so ok du 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 das level endet anscheinend auch wieder bald gibt es da unten noch was tatsächlich ok ok weil mir fehlen noch zwei blumen mir fehlen noch zwei blumen normalerweise kommt dieses schild ja immer so ziemlich am ende ich hoffe ich habe nichts verpasst ne das wäre echt schade ist hier vielleicht noch ne hier ist keine blume boah ich befürchte grad echt was verpasst zu haben ne aber wir werden sehen vielleicht kommen mir ja noch zwei blumen so ok hier gibt es auf jeden fall ne white coins so wow lass mich noch da gucken ja hier gibt es auch noch ne blume ist das die vorletzte bitte ja ok und da oben habe ich wieder ein seil gesehen das heißt da wird wahrscheinlich dann die letzte sein bei diesem seilabschnitt oder würde ich jetzt einfach mal schätzen ja tatsächlich und wir haben auch alle red coins und wieder alle leben hey schon schon wieder das komplette level direkt zu 100% im first try was ist denn los heute ey das war ja ein geiler part das war doch ein geiler part ne direkt im first try alle blumen mit allen äh ja bonus blumen sozusagen also jetzt mal abgesehen von den bitten ne und so die mache ich ja in streams gut aber ich würde sagen wir haben dann doch auch noch Zeit um kurz beim automaten einkaufen zu gehen wir haben ja genug coins ja das youtube money klärt auch wenn ich kein youtube money krieg aber ok ne und damit ist dieser wunderbar automat auch wieder vollständig gelernt wir kriegen eine kapierte windmühle eine gestreifte windmühle ein schwingling ach so heißen die dinger ein cupcake oh lecker eine rote wolle eine blaue wolle rosa makaron rosa makaron ein eichhörnsingstamm ein minz makaron und zu guter letzt eine rosa kaffeesahne nice dann haben wir doch hier auf jeden fall auch wieder abgesagt ne würde ich sagen und ja dann würde ich sagen wenn euch dieses video gefallen hat würde ich mich natürlich wie immer über ein like abo oder kommentar freuen und das nächste mal geht es weiter hier mit der welt spektakel mit makel ich danke auf jeden fall fürs zuschauen und tschüss 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 tschüss